Schneller Schlau mit OnPageTV. SEO-Grundlagenwissen in unter einer Minute verständlich erklärt. Hallo, ich bin Markus und heute geht es um die Seitenladezeit. Die Seitenladezeit oder auch Sitespeed bezeichnet die Zeitspanne zwischen dem Absenden der Anfrage eines Nutzers und dem erfolgreichen Laden der kompletten Seite. Wenn du die Besucher deiner Webseite zu lange warten lässt, verlassen diese vielleicht vorzeitig deine Webseite und surfen zu deinen Mitbewerbern. Hier geht es mitunter nicht nur um Sekunden, sondern sogar um Millisekunden. Auch Suchmaschinen legen einen großen Wert auf eine positive User Experience, so verwundert es nicht, dass Sitespeed sogar ein offiziell bestätigter Ranking-Faktor ist. Natürlich hängt die Ladezeit deiner Seite hauptsächlich von deinem Web-Server und dessen Standort ab, aber es gibt auch viele Kleinigkeiten, die du selber sehr leicht beeinflussen kannst. Vermeide beispielsweise zu große Bilder und andere große Dateien, auch umfangreiche Style-Sheets und JavaScript kannst du in Dateien auslagern, um deinen Quellcode zu entschlacken. Auch Videos von kurzer Dauer machen schlauer. In diesem Sinne, fight the power! Untertitelung des ZDF für funk, 2017